1 go erstmal synchronisieren 9 8 7 6 5 4 3 2 x zu dem B zu dem K zu dem L und euer Neo ist mal wieder am Start heute mit einem kleinen Facecam Video ich habe schon angekündigt dass ich ein Facecam Video mit dem Thief macht und ja hier ist es wir am Start wie Hormone heute würde man sagen heute wieder siehlappschlitzel so jetzt kannst du wieder loslegen Digga Digga ich habe schon einen Gegner ja ich auch schon ein Gegner Digga weißt du was mir gerade auffällt Digga was Digga wir müssen den Killduell weiterführen Digga egal Digga warum egal Oh mein Gott mein Name Oh mein Gott ich will mit der Hany Digga mein Name geht gar nicht ey ja auf jeden Fall 50 Abos Special ja ist nichts besonderes bei mir Leute bei mir kommt das 1.200 Ah die merken mich nicht ich hab 3G ich hab 5 zu 1 Digga ich bin kurz vor Heli ich sterbe meine Frau fuck 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 ich bin normal ich oh mein Gott wie hat er mich gekillt Leute er hat er hat mich einfach alles nicht natürlich Oh mein Gott ich bin grad auf der Friede ich hab ein 6 zu 3 digga oh mein gott die kämpften zu zweit da gehe ich nicht hin digga die folge gvg vorlauf bis sich wenn ich jetzt sterben dir angst ich bin zehn stieg ohne witziger ohne witz ohne witz ohne witz ich bin gegen die gang späti ich bin späti ich bin gegen die gegner digga okay wir müssen uns ein bisschen konzentriert leute deswegen ein bisschen müssen diese nicht nicht das schief nehmen das ist ein bisschen nicht reden nämlich einem vom helio 2 spät 1 apelie achte auch das fliege ich nicht ich bin ich spür spät die jungs zu mir hat er sich jetzt nicht so wir reden aber wissen erholen leute in der kopf in der karte ist er was nicht in der stück um ein so er will was für ein und ich habe bei ich selber bei 13 das liegt ja nicht ständig man ist kurz an Ich hab Helikopterschutze, Digga. Digga, das ist Helikopter. Ja. Die sind alle im Haus. Ich seh die, Digga. Ja, was sag ich, die sind alle im Haus. Hol die mal raus. Ach, Güte. Ja. Ich haue die Cap, meine Damen. Oh, mein AIM. Das hat... Das ist 4Kill. Oh, guck mal, wie viel die schlucken, Digga. 22,4, Digga. 23,5. Oh, mein Gott, der kommt von hinten, die kleine Missgeburt. Sorry, Jungs, dass wir gerade nicht so viel geredet haben, aber... Ich war auf Streak und... Oha, wie der gerade abgeht, Digga. Oh, mein Gott. Du musst es wieder angucken, Digga, ich schwöre. Du musst meinte auch angucken, ey. Ich bin auch gerade, ich bin auch gerade voll am abgehen. Oh, mein Gott! So gut war ich noch nie, Digga. Oh! Oh, mein Gott. Ich liebe euch! Oh! 24,7, kann man lassen. Ja, das war auf jeden Fall meine 50-Abo-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Like wäre... Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Natürlich über auch... Über ein Abo natürlich auch. Ja. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss! Haut noch eins! Puh! Möchtung!